Amazon FBA oder ein eigener Online-Shop, das fragen sich tatsächlich viele, die sich nebenbei ein E-Commerce-Business aufbauen möchten. Und ich möchte in diesem Video einmal auf meine persönliche Meinung eingehen, weshalb ich es für richtig halte, erstmal mit einem eigenen Online-Shop zu starten. Und zwar ist es kein Geheimnis, dass sehr, sehr viele Menschen auf Amazon unterwegs sind und auch dort einkaufen. Und dazu gehörst wahrscheinlich auch du oder du kennst bestimmt auch jemanden, der schon mal was bei Amazon gekauft hat. Und deswegen wird auch oft gesagt, dass die Kaufkraft auf Amazon höher ist, da Menschen auf dieser Plattform nach bestimmten Produkten suchen und deswegen kaufen sie dann auch eher. Das ist richtig so, da es vorher schon eine Intention gibt, dieses Produkt zu kaufen oder auch diesen Gedanken, ist es tatsächlich so, dass die Menschen dann eher kaufen. Aber können wir das nicht auch für unseren eigenen Online-Shop nutzen? Bei unserem eigenen Online-Shop ist es zum Beispiel so, dass wir bei einem Produkt, sagen wir jetzt mal eine Teekanne, können wir Google Shopping-Ads schalten. Google ist, wie jeder weiß, die größte Suchmaschine der Welt und mehr als 60.000 Menschen suchen den Begriff Teekanne jeden Monat. Das bedeutet, wenn diese Menschen das bei Google suchen, ist auch die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie eure Werbeanzeige bei Google Shopping sehen. Und das bedeutet auch, dass dort dieselbe Intention herrscht wie auf Amazon. Die Menschen suchen quasi nach diesem speziellen Produkt und werden dann wie auf Amazon auch in Google fündig und klicken dann auf diese Shopping-Anzeige und kaufen womöglich dann in dem Shop ein. Damit die Shop-Besucher auch bei euch im Shop kaufen, muss natürlich sichergestellt sein, dass diese dem Online-Shop auch vertrauen. Das ist natürlich bei Amazon automatisch gegeben. Das nutzen viele auch als sehr, sehr großen Vorteil von Amazon. Allerdings kannst du in deinem eigenen Online-Shop auch dafür sorgen, dass die Menschen schneller vertrauen und dann auch letztendlich kaufen. Das kannst du ganz einfach machen mit sicheren Zahlungsmethoden wie Paypal oder Klarna. Ja, da ist es heutzutage nicht mehr möglich, jemanden zu betrügen. Denn wenn der Händler keine Tracking-Daten mit Zustellennachweis liefern kann, dann bekommt der Kunde auch im Zweifel das Geld wieder. Das wissen die meisten auch, die in Shops einkaufen. Die wissen, okay, wenn was passiert, dann ist ja immer noch Paypal da und mir kann eigentlich nichts passieren oder meinem Geld kann nichts passieren. Das ist eigentlich abgesichert und das, wie gesagt, wissen die meisten Kunden auch und deswegen hält das die auch dann nicht ab, davon in einem Shop zu kaufen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass man auf Amazon mit seinem Listing neben sehr, sehr vielen anderen Listings steht. Und das halt zur Folge, dass man einem, ja, Preiskampf ausgesetzt ist. Man muss also schauen, dass man seinen Preis der Konkurrenz anpasst. Ansonsten wird es richtig schwer, dieses Produkt zu verkaufen. Und da ist der Vorteil in einem Online-Shop, dass ihr, wenn jemand auf eure Werbeanzeige klickt, sagen wir mal auf Facebook, dann gibt es dort nur dieses eine Produkt, welches ihr bewirbt. Und dort kann der Kunde nicht so gut vergleichen. Dort gibt es keine Konkurrenzprodukte. Und deswegen seid ihr dort diesem Preiskampf nicht ausgesetzt und könnt somit höhere Preise abrufen. Und weil im E-Commerce wirklich jeder Euro zählt, ist dies besonders wichtig oder kann das auch ein wirklich ausschlaggebender Grund sein dafür, dass ihr schneller profitabel werdet als auf Amazon, da ihr in eurem eigenen Online-Shop wirklich höhere Preise abrufen könnt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass ihr die Kundendaten nicht verliert in eurem eigenen Shop. Das ist auch ganz wichtig für die Kundenbeziehung. Ihr könnt mit Hilfe von zum Beispiel E-Mail-Newslettern den Kunden mit eurer Brand immer auf dem Laufenden halten. Ihr könnt neue Angebote rausschicken oder auch vielleicht neue Blogartikel und somit eine Beziehung zu eurem Kunden aufbauen. Das ist leider bei Amazon nicht möglich. Die Daten von euren Kunden bleiben quasi in Hand von Amazon und ihr könnt damit nicht wirklich weiterarbeiten. Und wenn man beachtet, dass es durchaus nicht unüblich ist, dass Online-Shops einen Umsatz von 20 bis 30 Prozent nur mit E-Mail-Marketing machen, dann ist das natürlich schon beachtenswert. Und bei einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro macht das natürlich 20 bis 30.000 Euro aus, was einem dann flöten geht, wenn man dieses Potenzial nicht nutzt. Von daher auch ganz wichtig, ihr habt die Kundendaten, ihr könnt damit weiterhin arbeiten, ihr könnt damit weiterhin Umsatz generieren. Und wie gesagt, das ist ganz, ganz wichtig auch für die Kundenbindung, auch für euer Branding. Im Thema Branding habt ihr in eurem Store natürlich auch eine viel bessere Möglichkeit, das Ganze mit aufzunehmen. Und das Wichtige dabei ist, dass der Name von euch quasi im Kopf des Kunden bleibt. Das bedeutet, wenn jemand was bei euch bestellt und er ist zum Beispiel mit dem Produkt zufrieden und erzählt das seinen Freunden und sagt, hey, guck mal, ich habe dort und dort was bestellt, das ist ziemlich cool, das solltest du dir auch mal anschauen. Der große Nachteil bei Amazon ist, dass meistens euer Markenname gar nicht so relevant ist. Das bedeutet, wenn jemand dort was bestellt und er das vielleicht jemandem weiterempfehlen wird oder jemand fragt, woher er da das Teil hat, dann wird derjenige wahrscheinlich Amazon sagen und nicht den Markennamen. Dieses Video ist auch nicht dafür gedacht, dass ich jetzt irgendwie eine Methode oder einen Vertriebsweg komplett ausschließen will oder den irgendwie schlecht machen will. Dazu erzähle ich euch gleich noch ein bisschen mehr. Wichtig ist auf jeden Fall auch zu wissen, dass man mit einem Shop wunderbar Produkte testen kann und erstmal validieren kann, bevor man diese in der Menge importiert und so dann auch womöglich dem entgegensteuern kann, dass man letztendlich auf der Ware sitzen bleibt. Und zwar kann man mit Dropshipping wunderbar ein Produkt testen und dieses erstmal validieren. Sollte das dann funktionieren, kann man immer noch dieses Produkt in einer größeren Menge importieren und dann von einem niedrigeren Einkaufspreis profitieren. Dann ist auch nicht ausgeschlossen, dass man dieses Produkt auch bei Amazon listen kann. Das ist sogar empfehlenswert. Also ich würde jedem empfehlen, der einen Online-Shop hat, ja, dieses Produkt nicht nur im Shop, sondern auf mehreren Plattformen womöglich zu listen und dazu gehört natürlich auch Amazon. Es spricht nichts dagegen, dass wenn ihr ein gutes Produkt gefunden habt, mit einer super Qualität, eure Kunden sind zufrieden, dann spricht auch nichts dagegen, dass ihr dieses auch auf Amazon listet. Ganz, ganz klar. Ja, und wichtig ist auch zu erwähnen, dass ihr euch so erstmal das sehr hohe Startkapital für Amazon FBA spart. Denn wenn ihr damit startet, müsst ihr erstmal 5.000 bis 10.000 Euro investieren und die ganzen Artikel importieren. Und dann wisst ihr ja noch gar nicht, ob das wirklich funktioniert oder nicht. Ihr habt es ja vorher noch gar nicht getestet. Das heißt, ihr müsst erstmal auf Amazon ein bisschen höher ranken, weil es reicht ja nicht, wenn ihr damit auf Seite 4 oder 5 seid, denn dort kaufen die meisten Leute gar nicht. Also ich persönlich weiß gar nicht, wann ich zuletzt irgendwas gekauft habe, was hinter Seite 2 war. Von daher müsstet ihr auch auf Amazon Werbung schalten und müsstet dann mithilfe der Werbung versuchen, die Ware zu verkaufen. Und das dann sofort profitabel zu schaffen, wird auch sehr, sehr schwierig sein. Von daher würde ich persönlich lieber von der höheren Marge in meinem eigenen Shop profitieren wollen. Und dann, wenn ich mir ganz sicher bin, dass dieses Produkt auch funktioniert, dann würde ich es auch zu Amazon schicken und Amazon FBA betreiben. Das kann man auf jeden Fall machen. Und wie gesagt, das ist auch sehr zu empfehlen. Dann habt ihr einen weiteren Vertriebsweg. Ihr seid nicht nur abhängig von einem Vertriebsweg. Und das wäre so meine Meinung dazu. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn du Hilfe dabei brauchst, dir einen eigenen Online-Shop aufzubauen oder wenn du deinen aktuellen Online-Shop auf höhere Umsätze skalieren willst, dann geh gerne auf www.leimats.de. Dann schauen wir uns deine aktuelle Situation an und schauen, wo wir dir weiterhelfen können und finden sicherlich eine gemeinsame Lösung. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns. Bis bald.